Der Traum von Lionel Messi erlebt weiter, was ein packendes Viertelfinale, was erneut im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Ganz großes Lob an die Holländer, muss ich selbst als Deutscher sagen, auch wenn wir eine gewisse Rivalität haben im Fußball. Das war ganz, ganz stark zurückgekommen, aber am Ende würde ich sagen, hat Argentinien verdient gewonnen. Die Argentinier sind ja auch in Führung gegangen durch Molina, war ein schönes Tor, war schön rausgespielt. Alleine der Pass von Messi war sowas von Zucker, das kann man gar nicht besser spielen. Und beim 2 zu 0 nach dem Elfmeter von Messi, der übrigens berechtigt war, dachten alle, boah, das ist durch, Argentinien bringt das locker nach Hause. Dann allerdings hat Van Gaal Wegrost eingewechselt, der macht in der 83. und 90 plus 11 den Anschlusstreffer und den Ausgleich. In der Verlängerung gab es noch sehr gute Chancen für die Argentinier, am Ende noch der Pfostenschuss und Dumfries ist auch noch vom Platz geflogen. Also es hatte alles, was es an Dramatik hätte geben können. Und der Held des Abends, muss man ganz klar sagen, ist der argentinische Teuter. Der hat nämlich die ersten beiden Elfmeter gehalten und das war quasi die Grundlage, dass Martinez dann den entscheidenden Elfmeter verwandeln konnte. Und Argentinien steht jetzt gegen Kroatien im Halbfinale. Kroatien ein Gegner, den man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Das hat Brasilien heute am eigenen Leib spüren müssen. Ich würde es Messi gönnen, ins Finale zu kommen. Was dann ist, kann man nicht sagen. Sonst, glaube ich, würde man immer wieder in die Zukunft sehen. Aber erstmal Glückwunsch an Messi und ich hoffe, dass er das Ding nach Hause holt. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.